Hallo zusammen, ich grüße euch aus dem Facebook Head Office hier in Asien. Und warum bin ich hier? Denn ich bereite gerade vor, was ich euch in Mannheim am Aufschichtskongress zeigen werde. Und das ist alles rum um Facebook Advertising, Instagram Advertising, Retargeting. Was ist das überhaupt? Wie installiere ich zum Beispiel den Facebook Pixel? Was ist denn das? Also richtig in die Tiefe gehen, wie kann ich mit Facebook, mit Instagram und sogar WhatsApp mehr Kunden generieren? Wie kann ich die besten Lead Advertisings machen? Wie kann ich die Leads generieren und dann auch abschließen? Und wie kann ich eventuell sogar Mitgliedschaften online verkaufen und das auf Facebook oder Instagram bewerben? Und da geht es richtig in die Tiefe. Tiefer geht es dann nur mit der Facebook Social Media Masterclass. Und da werden wir richtig tief gehen. Das heißt, wie kann ich im Detail die Facebook Kampagne aufsetzen? Wie mache ich A-B-Testing, damit ich kein Geld verbrenne da hier und dem Mark Zuckerberg in den Rachen schmeiße, sondern da richtig tief und auch korrekt arbeite, um Leads zu generieren, um Mitgliedschaften zu verkaufen. Und da gehen wir richtig tief rein und werde da im Detail alles erklären. Und da freue ich mich tierisch drauf. Sei mit dabei in Mannheim bei meinem Vortrag und besonders in der Masterclass. Dann geht es nämlich rund. Ich freue mich drauf und wir sehen uns. Bis dann. Ciao! Bis zum nächsten Mal.